Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute wie man wie halt die Mining Turtle funktioniert in Take It Classic. Jetzt bauen wir uns erstmal mal runter. So, damit geht es schneller. Ah, ist schon Bedrock. Ein bisschen zu hoch. Zu tief. Ah, jetzt finde ich keinen geeigneten Platz. Ein bisschen kacke. Sagen wir mal hier so. Jetzt setzen wir mal die Mining Turtle. Jetzt geben wir ein Tunnel. Tunnel. Geben wir auf Enter. Und jetzt, weil die wissen, wie wie lang die oder wie breit die den Gang machen will oder wie lang halt der gehen soll, dann geben wir einfach ein Tunnel. Und jetzt geben wir irgendeine Zahl. Machen wir mal vier. Ganz viele Nullen. Und jetzt kommt Tunneling und dann tut jetzt Anfang. Und jetzt, ähm, macht's jetzt weiter. Ich zeige euch ja auch, ähm, vielleicht in einem anderen Video, ähm, mal wie die gebaut wird. An meiner Stelle wär's das dann sonst. Und ja, ähm, ich würde da mal sagen, ciao, oder? Habe ich was vergessen? Eigentlich nicht, okay? Ciao! Ciao! Ciao!